Denkmal am Ort Man lernt natürlich die Drogönen, die dort passiert sind, als Zahl oder als immense Brutalität, die dort passiert ist. Aber ich glaube trotzdem, es ist auch heutzutage so wichtig, die Einzelschicksale zu sehen und zu erkennen dahinter, damit das nicht in den Geschichtsbüchern verschwindet als eine Zahl, die sowieso keiner kapiert. Sondern es geht wirklich um jedes individuelle Schicksal. Die Lindwurmstraße 205 ist ganz relevant für die NS-Geschichte in Sendling. Die Initiative Historische Lernorte recherchiert seit 2004 die Geschichte. Und die Sibylle Pflanz ist auf uns zugekommen. Ich bin auf das Schicksal von Sophie und Emanuel Gutmann draufgestoßen, weil ich die historischen Pläne durchgesehen habe. Und bei den ersten Plänen von 1910, also das Haus ist von 1897, aber ab 1910 hat es der Herr Gutmann, hat es ihm gehört. Da steht eben noch Emanuel Gutmann, dem Herrn Emanuel Gutmann gehörig als Bauherr. Und dann taucht aber dann ab 1939 ein Plan auf, wo steht dem Juden Emanuel Gutmann gehörig. Und er ist da auch nicht mehr selber aktiv als Bauherr, sondern es wird von einer Treuhand, damit wurde er quasi gezwungen, einen Luftschutzbunker einzubauen, einen Luftschutzkeller. Und dann war mir klar, 1939 dem Juden Gutmann gehörig, da denkt man dann einfach mal weiter, dass da eine schlimme Geschichte dahinter stehen muss eigentlich. Wir hatten uns hier im Viertel erstmal konzentriert auf die Wohnstandorte, also auf die Bewohner im Viertel, auf die jüdischen Nachbarn, die hier gewohnt haben. Die Gewerbebetriebe hatten wir damals noch gar nicht im Blick und deshalb konnten wir dazu gar nichts sagen. Und dann hat sich das aber ergeben, also das biografische Gedenkbuch hatte natürlich Sophie und Emanuel Gutmann recherchiert und unter diesen 4.800 verfolgten, ermordeten Münchner Juden waren sie zu finden. Also die Hoffnung, dass die Gutmanns davon gekommen sind, hat sich dann leider zerschlagen. Ich hatte die Gabi Duschl von den historischen Lernorten Sendling kontaktiert, die mich dann auch aufmerksam gemacht hatte auf dieses Gedenkbuch für die Münchner Juden. Und dort kann man eben die einzelnen Schicksale nachblättern und hat die Daten und dort ist leider zu finden, dass sie in Theresienstadt ermordet wurden. Er kam ins KZ Dachau und dort hat man ihm, also das Haus, muss man einfach sagen, man hat ihm das Haus und das Grundstück abgepresst. Der Laden war ihm bereits vorher abgenommen worden und wurde von Treuhändern verwaltet und er konnte in seinem Laden stehen und er war da auch anwesend, aber er hatte nicht mehr viel zu sagen. Und das war natürlich auch eine besondere Art der Entwürdigung und der Entrechtung dieser Prozess. Wie wir auch schon gehört haben von einer Nachbarin, dass die Kunde ging, sie seien emigriert, sie seien davongekommen. Das ist natürlich keineswegs jetzt hier so gewesen, aber diese Aussage dokumentiert einfach auch ein Bedürfnis nach, alles wird gut oder es wird schon nicht so schlimm gewesen sein. Wir nennen das, es ist einfach eine Entlastungsstrategie, so wie man den Leuten eben die Stunde Null medial vermittelt hat, 1945. Was sehr bewirkt hat, dass das große Vergessen, das große Verdrängen und das große Schweigen eingetreten ist. Weil die Menschen haben, die haben nun mal ein, sie haben ein, es ist einfach ein Bedürfnis, das kann nicht so gewesen sein. Oder es dürfte nicht so gewesen sein. Und deshalb musste das verdrängt werden. Jeder Ort, jedes Haus hat eine Geschichte zu erzählen. Erinnerungen an den authentischen Wohn- und Lebensorten. Denkmal am Ort.